Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich hatte ich mir so vorgenommen, ich könnte mit etwas Positivem beginnen. Also das Positive wäre, die CDU beschäftigt sich damit. Die CDU versucht, die Ergebnisse aus den Anhörungen, die es ja in den verschiedenen Ausschüssen gegeben hat, auch zum ähnlichen Thema, auch zu verarbeiten. Und die CDU macht das jetzt als Querschnittsaufgabe. Und das sind alles so Punkte, wo ich finde, das läuft doch eigentlich ganz gut. Nicht die Integrationspolitiker sprechen dazu, auch nicht die Arbeitsmarktpolitiker, also die Sozialpolitiker, sondern die Mittelstandsvereinigung der CDU. Und das ist doch erstmal der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU. Entschuldigung, Herr Wüst, spricht. Und ich finde es ja auch schön, Sie haben ja viele Anträge sich enthalten. Sie haben Anträge abgelehnt, die zum gleichen Thema waren. Ich finde es ganz gut, dass Sie sich mit dem Thema Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten befassen. Und es ist natürlich schade, dass Sie zu dieser Konferenz mit den Arbeitgeberverbänden, den Handwerkskammern, den Gewerkschaften, den Jobcentern, den Arbeitsagenturen, den Universitäten und dem IQ-Netzwerk nicht zugegen sein konnten. Das möchte ich Ihnen nicht vorwerfen. Ich möchte Ihnen schon so ein bisschen Anstoß geben, sich auch mal das durchzulesen, was in dem Papier abschließend steht. Denn da stehen ja unheimlich viele Maßnahmen drin, die schon durchgeführt werden und auf die Sie sich in Ihren Anträgen in keiner Form beziehen. Das wäre hilfreich gewesen, weil dann könnte man auch sehen, was in diesem Land schon alles geleistet wird. Vor allem deswegen tut es mir auch leid, dass Sie nicht dabei waren, weil diese Themen, die Sie ansprechen, also das Thema Mindestlohn, das Thema Praktika an der Stelle überhaupt kein Thema waren. Also Thema war, dass alle Verbände, die Gewerkschaften, die Arbeitgeberverbände, die Handwerkerschaften eigentlich dargestellt haben, mit welcher Intensität und auch mit welchem Mitteleinsatz sie in diesem Themenfeld tätig sind. Und wie sehr Sie sich darum bemühen und wie sehr Sie sich auch eingebunden fühlen über das, was ich ja persönlich immer für ein großes Wunder halte, für die Einführung der Integration Points vor Ort zu kämpfen. Denn in den Integration Points wird ja genau das passieren, was Sie in Teilen Ihres Antrages fordern, nämlich die Koordination und Kooperation aller vor Ort, um die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten zu bewerkstelligen. Und deswegen ist es schade, auch wenn es noch mal aus dem Papier trieft praktisch und auch wenn es schon etliche Integration Points in diesem Lande gibt, dass Sie diesen Punkt nicht aufgreifen. Diese gemeinsame Erklärung zeigt, dass es ein ganzes Land braucht, um mit dieser Herausforderung fertig zu werden und dass dieses ganze Land auch dasteht, um das zu machen. Sie sprechen an vielen Stellen, das hört sich so ein bisschen so an, als würden Sie sagen, es liegt kein Konzept da. Ich würde das auch noch mal mit Herrn Kruse begegnen wollen. Also wenn Sie keine Strategie haben, heißt es nicht, dass es kein Konzept gibt. Und dieses Land hat ein Konzept und dieses Land gibt ja immerhin auch sehr, sehr viel Geld aus, um diesem Konzept zu folgen. Es gibt viele Instrumente und Möglichkeiten, von denen wir aber sagen, und das halte ich für richtig, dass diese Instrumente, die im Arbeitsmarkt insbesondere zum Tragen kommen, dass die gut sind für alle, sowohl für die Langzeitarbeitslosen, vielleicht auch für die, die den inklusiven Arbeitsmarkt suchen, aber vor allem auch für die Geflüchteten. Und Sie sagen, und da bin ich jetzt so nicht so ganz klar, Sie reden von Schutzsuchen, die keine Erfahrung mit der beruflichen Bildung haben. Und damit gehen Sie natürlich vollständig vorbei an den anderen Teilen Ihres Antrags, denn Erfahrung mit beruflicher Bildung haben die Geflüchteten, die zu uns kommen, sehr wohl. Sie haben vielleicht keine Erfahrung mit dem dualen Ausbildungssystem. Was Ihre Forderungen nach Bundesratsinitiativen angeht und anderen Sachen, das kommt mir im Moment so vor, als würden Sie in NRW Wein predigen und im Bund Wasser verordnen. Ich möchte Ihnen dafür zwei Beispiele nennen. Das Beispiel ist die Frage nach den Integrationskursen, die ja in Ihrem Antrag nicht vorkommen, wobei wir doch wissen, dass Sprache die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche berufliche Konzentration ist. Die Sprachkurse sollen, zumindest ist das der Vorschlag der CDU-geführten Regierung, demnächst von den Geflüchteten wieder bezahlt werden. Das ist kontraproduktiv. Das führt ja nicht zu einer Arbeitsmarktintegration, sondern das führt dazu, dass hohe Hürden aufgebaut werden. Da braucht man nicht über Mindestlohn zu sprechen an der Stelle, sondern das sind ganz markante Hürden. Sie fordern, und das finde ich richtig, das ist auch noch mal aus der Konferenz herausgekommen, dass wir dieses Thema drei Jahre Ausbildung plus zwei Jahre Berufszugang haben sollen. Das ist doch nicht in Nordrhein-Westfalen, hier wollen das alle. Das ist doch der Bund, der das verhindert. Zum Schluss möchte ich noch mal darauf eingehen, dass Sie ja irgendwie da immer Ärger mit den Berufskollegs haben und da multiprofessionelle Teams haben möchten. Wären Sie mal alle bei den Haushaltsberatungen dabei gewesen, dann hätten Sie auch gesehen, dass diese multiprofessionellen Teams schon längst auf dem Weg sind und dass über, also fast 230 Stellen da jetzt geschaffen worden sind, um genau das zu gewährleisten, was Sie mit Ihrem Antrag beabsichtigen. Zum Schluss möchte ich auch noch auf das Thema direkte Abstimmung eingehen. Ich verstehe das ja. Wir haben so viel darüber geredet, wir haben so viele Anhörungen gehabt, dass Sie sich keine weitere mehr antun wollen. Ich hätte es gut gefunden, wenn wir noch mal darüber hätten diskutieren können in den Ausschüssen und auch im Integrationsausschuss, um zu gucken, was haben wir an Instrumenten und wo können wir besser werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und schöne Weihnachtszeit und gutes neues Jahr.